Ich fahre auch nicht viel gut, aber der Puffer ist noch nicht so weich. Ich will noch einmal reinfahren. Oh Scheiße! Ahhhh! Ja, ist cool, oder? Ja! Und du hast ja gesagt, der ist der Offroad da hinten, oder? Ja, genau. So, einmal im Shot da runterziehen. Beim Drift ist es halt so, die starten dann schon da hinten. Toll aus. Und die fahren dann komplett nach vorne. Und dann gibt es den Clipping Point. Und da müssen sie dann die Handbremse ziehen und in den Winkel kommen. Und dann driften die Resonan durch. Das war noch nicht. Ich hab Dollar. Und dann ist ein bisschen dabei wie ich schütze da.